Jetzt vorbei, könnt ihr noch mal eine Pause machen. Vor ungefähr 30 Jahren, schon lange ist es eher, haben wir angefangen, Volleyball zu machen. Damals war es friedlich, familiär, und wir haben auch immer noch gelacht. Schon dällmal bist du der Motor gewesen und hast dich für alles enorm engagiert. Doch du hast, wir alle haben gewusst, wenn du da bist, dann ist es ganz furcht, ob es passiert. Jetzt könnt ihr jetzt mal, wenn noch der Mann ist, dann kommt und der Ferne. Sau gut, wenn noch der Mann ist, dann steht er bereit. Er rief von euch und auch aus der Ferne. Sie schief ja was, er rief sich nicht schade. Manager, Coach, Vereinspräsident, Sponsor, Berater, Chauffeur. Autoverkäufer, Garagebesitzer, Maschineningenieur. Du bist etwa einmal bis chaotisch gewesen und den Knusch hast du auch ab und zu gebaut. Doch du hast dich dem angenommen und Lösungen gefunden. Wir haben auf dein Wissen vertraut. Wenn noch der Mann ist, wir dürfen auch schundeln. Aus der Ferne. Wir dürfen auch in der Ferne. Wenn noch der Mann ist, dann steckt er bereit. Er rief von euch und auch aus der Ferne. Sie schief ja was, er rief sich nicht schade. Nazi A hat im 04 15.000 Kosten, heute ist es 50 mal mehr ganz genau. Ich bin ein wenig Zeit zum Rechnen. Entsprechend ist auch der Aufwand viel grösser, zeitlich und personell auch. Natürlich hast du auch viele Helfer gehabt, die haben dich ganz stark unterstützt. Doch wenn du nicht immer vorausgegangen wärst, hätte ich das alles nicht genützt. Und wenn du, wenn du dann war, ist der Grund unsere Werbung nicht. Wenn du dann war, ist der Staat er bereit. Er hielt Kolom und auch Ostenferne. Sie schrieb für was, er hielt sich mit Schad. Deine Kindheit und deine Jugend sind für dich nicht immer liebenswert. Du hast dich erfolgreich durchgesetzt mit gesundem Herwitz und mit Energie. Eine tolle Familie ist ein Auto Imperium. Das meist ist im Blut. Ich frag mich, was macht unser Klub, wenn der Werbung nicht im Super denn wirklich auch gut? Ich denk, wenn du dann war, ist der Grund unsere Werbung nicht. Wenn du dann war, ist der Staat er bereit. Er hilft wohl nach und auch Ostenferne. Sie schrieb für was, er hielt sich mit Schad. Leider gibt es auch einen grösseren Wermutstropfen. Und auf Deutsch gesagt, schiesst mich das an. Du hättest es verdient. Wir möchten es dir gönnen. Einen Titel der Nationalliga hat. Es hätte nicht sollen sein. Du bist trotzdem ein Sieger. Und zwar der von der Moral. Bitte komm, wenn wir jetzt den Refrain singen. Der Haufen, du kriegst den Pokal. Denn noch der Mann ist der Grund unserer Welt. Da harmony ist der Doeth als Vater. Und zwar der Grund unsere Atmosferinde. Die Grund unserer Welt. Und zwar der Grund aus. Und zwar der Hund, einacey Sieger. Der dinner war glücklich, er füncht ist nicht wahr. Kannst du meine Welle? Einigtes Erástung und der gift ist nicht wahr. Vielen Dank. Vielen Dank.